Ich bin Niklas Osterloh, ich bin Schauspieler, 28 Jahre alt, frischgebackener Papa und komme... Glückwunsch! Vielen Dank! Und ja, war hier mal in der Schauspielschule, hier ist so mein Weg losgegangen. Vielleicht mal einen Komparsenjob machen, also um einfach so am Set zu stehen und zu sehen, okay, wie läuft das mit der Kamera, der Regisseur, die Schauspieler. So viel, dann freut man sich so tierisch und man war, zwei wurden aufgenommen und zehn halt nicht und die waren total enttäuscht und das ist halt auch dann so konträr, weil jede Absage oder jedes Tief oder irgendwas immer wieder nehmen, um daraus neue Energie zu ziehen und zu sagen, ich will das.